Jawohl, ein Zopf! Grüßt euch, dieser verwirrte Minecraft-YouTuber, der ganz, ganz besondere Sachen macht, ist mal wieder da. Ihr kennt Minecraft, jeder von uns weiß, wie dieses Spiel aussieht und wie auch zum Beispiel die Welten aussehen, in denen wir uns befinden. Die sind groß, die sind ziemlich groß, die sind sehr lang und die sind auch sehr breit. Das Problem in der heutigen Challenge ist, dass unsere Welt das Gegenteil von breit ist. Sie ist ein Block breit. Und ich rede nicht von einem kleinen Stück, was ein Block breit ist, sondern ich rede von der kompletten Minecraft-Welt, die nur ein Block breit ist. Euer erster Gedanke wird wahrscheinlich sein, wie möchtest du es schaffen, überhaupt durch ein Portal zu laufen, um ins End zu kommen, in einer einen Block breiten Welt. Das war tatsächlich auch mein Gedanke, als wir diese Challenge konzipiert haben. Das ist nämlich nicht möglich. Deswegen müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich heute versuchen werde, den Wither zu töten. Und in einer einen Block breiten Welt ist es, by the way, auch sehr schwer, Wither-Skelett-Köpfe zu farmen. In dieses ganze Projekt steckt eine Menge, Menge Arbeit und Zeit. Dementsprechend ist das Ganze, was hier an Aufnahmezeit hineingeflossen ist, mal wieder um die 12 Stunden lang. Wenn ihr das Ganze respektiert und weiterhin solche Krankenprojekte sehen wollt, dann lasst unbedingt gerne eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal, um keine wunderbaren Videos mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit diesem Video. Welche Richtung wollen wir denn laufen? Wir müssen uns ja mehr oder weniger für eine Richtung entscheiden, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Wo wollen wir langlaufen? Wir haben einmal Richtung Norden oder wir haben einmal in Richtung Süden. Ja, Freunde, ich bin auch eher für Norden. Guck mal, das wäre auch direkt unser erstes potenzielles Essen. Essen könnte ein bisschen schwierig werden, ne? Ich glaube, das sollte mal irgendwann mal hier so eine Art Wald gewesen sein. Den können wir uns auch erstmal schnappen, den Baum. Wir müssen halt nur mal ein bisschen aufpassen. Also, wie ihr sehen könnt, ich kann mich auch an den Seiten halt so lang bauen. Man muss ja manchmal Challenges auch einfach positiv sehen. Wir haben mehr oder weniger die Möglichkeit, Diamanten super leicht zu spotten. Portal gießen kannst, kommst auch rein, aber wie raus. Also, ich kann mich doch einfach wie jetzt hier zur Seite rausbauen. Das geht schon. Also, das ist nicht das Problem. Hey, ganz dumme Frage, aber mache ich mir ein Boot? Ist es eventuell dumm, ein Boot zu machen? Oder? Ähm. Oh mein Gott. Wir sind zwar schneller, aber ich, also. Ähm, ich weiß nicht so wirklich, ob wir ein Boot nehmen sollten. Mein Gott. Hallo, ich muss hier lang. Ey, was ist denn mit mir? Basti, fährt sie im Real Life auch so? So, wir sind, by the way, in der Nacht angekommen. Aktuell haben wir Holz, Dreck, Sticks, Zaplings und einen braunen Pilz. Falls ihr es nicht erkennen könnt, wir sind gerade in einem Tiger-Bio. Also dort, wo diese Tannen wachsen. Oh, da sehe ich unser Mittagessen. Haha, moin Kumpel. Leute, das ist ein hartes Leben. Und wir müssen gucken, wo wir bleiben. Zwei Fische. Easy. Ganz entspannt. Mehr oder weniger ist ja auch die Frage, wonach suchen wir aktuell? Also, ich würde einfach sagen, wenn wir das nächste Mal Land finden, wenn der Ozean irgendwann vorbei sein sollte. Vielleicht finden wir einen Wrack. Fangen wir mit dem Caven an. Okay, was haben wir denn jetzt hier so an den Seiten? Warte mal. Wir können doch... Oh, mein. Haha. Nee, lol. Da ist ein Mindshift. Wir können uns eine Angel holen. Da sind Dias und ein Mindshift. Ja, beste Leben. Das müsste ungefähr hier sein. Und hier geht es runter. Ah, was ist daran? Cheaten? Real Talk? Das ist einfach clever. Man muss halt einfach manchmal mit dem Leben wissen, wie man halt weiterkommt. Wir können uns auf jeden Fall jetzt easy über den Mindshift angeln machen. Und dann können wir uns auf jeden Fall, wenn wir Glück haben, eine Mending-Angel irgendwann angeln. Und dann würde ich sagen, Haupt-Nahrungsquelle wird ein guter alter Fisch sein. Angel Nummer 1. Ja, Paradies. Besser kann es ja nicht laufen. Dann nehmen wir uns nochmal ein bisschen hier Kohle mit. Bupp. Zack. Haben wir easy 7 Strings. Können uns damit reintürig auch ein Bett machen. So, hier wäre Eisen. So, ein Eisen. Da ist noch mehr. Alter, ans Caven kann ich mich gewöhnen. Alter, das ist sehr nice. Kannst du runterfallen. Wollen wir es mal testen? Mal schätzen. So, Freunde. Wir haben einen Dia. Cool. Ja, ich würde mehr oder weniger... Ähm, oh, ich sehe da... Seht ihr da links am Rand Diaz? Oh, da würde ich... Ah, da will ich hin. Ich bin greedy. Vor allem, es macht überhaupt keinen Sinn auf Höhe 11. Wie weißt du? Ich strippe meinen einfach so auf Höhe 11 in der Hoffnung. Yo. Vielleicht finden wir ja Diaz. Aber ich sehe ja, was kommt. So, wir wollen uns ja einfach mal da durchballern. Sieht schon mal ganz gut aus. 14 Eisen. Was brauche ich denn für Equipment für den Wither? Dumme Frage. Aber für den Wither müssen wir ja schon so einen kleinen Raum auch bauen. Wir sollten den schon auch mit Bogen anfangen. Gaps ist ein guter Call. Ne Milch ist ein guter Call, ja. Aber so Dia-technisch, ja, wäre halt schon krass, ne? Also, wenn wir halt wirklich vielleicht Half-Dia so auf sicher... Ey, ganz ehrlich, ihr könnt euch das vorstellen. Bis wir diese drei Wither-Köpfe überhaupt erstmal haben werden, wird so viel Zeit vergangen sein. Und obvious wollen wir dann nicht einfach so mit Full Iron da reinrushen. Also, wir wollen ja schon den Kampf auch gewinnen. Ein Looting-Schwert ist ein krasser Call. Aber wollen wir das wirklich machen? Also, soll ich jetzt wirklich auf Enchanter und so gehen? Also, könnten wir halt auf jeden Fall besorgen. Ja, es lohnt sich schon, ne? Was man aber auch nicht vergessen darf, wenn wir zum Beispiel einmal ein verzaubertes Buch finden, können wir das in den Disenchanter reinpacken. Und dann haben wir ein, also, haben wir kein verzaubertes Buch mehr. So, Diamandos. Das ist schon mal richtig lucky, dass wir direkt drei Stück jetzt finden. Damit haben wir vier Stück. Lecker. Ja, oder Angeln. True. Wir haben noch Angeln. Leute, seid ihr gleich dabei bei der, bei der großen Bastiger G-Angelshow. Bei der wir wahrscheinlich lange Zeit angeln werden. Easy. Wir angeln uns einfach Bücher für einen Enchanter. So. Wir machen jetzt erstmal, dann machen wir, bup, nochmal ein wenig Kohle für die Fischis. Dann holen wir uns gleich mal einen Eimer. Eimer. Und dann machen wir uns jetzt erstmal die erste Angel, um natürlich gute Fänge zu machen. Oh mein Gott. Mir fällt gerade was ein. Was machen wir, wenn Phantome kommen? Dann sollten wir schon mal uns ein Bett machen, eventuell, ne? Ins Wasser. Ach so, da kicken die mich nicht durch, oder was? Oh. Hey. Es funktioniert. Okay, warte einen Moment. Epic Showdown Drop. Epic, Epic Drop. Top 10 Epic Drops. Ich denke, was ist denn da ein nicer Drop? Aber egal, wir nehmen ihn einfach. Unbreaking 3 Mending. Keine Ahnung, ob das jetzt schlecht oder gut ist. Halt, wir brauchen Mending auf einer Angel. Gibt doch Infinity. Infinity wäre insane. Oh mein Gott. Es ist super ärgerlich. Dieses Buch müssten wir jetzt normalerweise in den Grindstone packen. Das heißt, das Enchantment geht verloren. Verloren. Gut, Freunde. Der saftig-knaftigen Unterhaltung. Ah, das tut jetzt echt weh. Ey, damit wir ein normales Buch für den Enchant haben. Aber, ah. Ja, wir haben es getan. Wir haben ein normales Buch hinbekommen, ohne eigentlich in einer Welt zu spielen, die tatsächlich uns ermöglicht, Kühe zu finden. Das ist schon was Besonderes. Was wir jetzt brauchen, Leute, sind More and More Dears. Die werden wir uns auf jeden Fall jetzt krallen. Wir können uns ja auf jeden Fall eine Spitzhacke machen. Die brauchen wir. Da hinten ist ein Mindshap. Aber Diamanten sehe ich jetzt hier nicht, ne? Gut, wir müssen schwimmen. Der Nether ist natürlich auch nur einen Block breit. Voll komisch gerade, dass man jetzt einfach so, Junge, wir sind einfach nicht mehr am Angeln. Stell dir mal vor, wir würden jetzt einfach sterben, nachdem wir einfach tausend Jahre ins Angeln investiert haben. Von einfach einem Phantom. Stell dir mal vor, ich muss einfach gegen einen Phantom-Water fighten. So, wir checken mal ganz... Stell dir mal vor, wir würden jetzt einfach sterben. Imagine. Du stirbst an diesem Fisch. Junge, hätte ich den MLG gehittet. An dem... Nein, ich bin nicht an dem gestorben. Das ist ein Puffi. An dem bin ich gestorben. Dicker. Okay, dann machen wir nochmal Time Set. Zero. Und ich sage, ja, es kann mal vorkommen, dass man gegen einen Fisch stirbt. Oh, das sieht ja nach einem chilligen Biom aus, um anzufangen. Oh, ich hab übertrieben Bock. Alright, Leute. Der Jump'n'Run-Experte muss mal zeigen, was er drauf hat. So. Selbst wenn ich den Sprung schaffe, bringt es mir halt null. Okay, wir bauen nochmal den Gravel ab und stacken uns mit Gravel. Okay, schon mal ganz gut, dass ihr wenigstens mal ein bisschen Holz isst. Was wir als nächstes brauchen, ist Essen. Ein bisschen Equipment. Und den Rest werden wir nochmal sehen. Wenn nicht ein Puffi kommt. Ach, ihr müsst da gar nicht mit eurem Puffi jetzt nerven. So, Eisen. Lecker. Was wir als nächstes dann bräuchten, immer mehr Eisen natürlich, aber auch gerne einen Mineshaft. Gut, dann haben wir uns ein bisschen Eisen geholt. Lassen wir uns erstmal wieder nach oben gehen. Ist der Nether auch ein Block breit? Mann, Leute. Okay, wir können ja nicht übertreiben, als ob der Nether auch ein Block breit ist. Doch, ist er. Okay, Bro. Du bist mein Mittagessen. So, können wir wenigstens noch sprinten. Aber bis jetzt sieht es ja auch nochmal relativ schwierig aus. Schau nach Dias. Sehr gut. Ich muss halt echt öfter gucken. Da sind Dias. Da. Drei Stück. Die müssen wir uns eigentlich kreien. Da sind auch drei. So, Larp ist auch sehr gut. Das kann glaube ich auch nochmal selten werden sonst. So, Diamanten. Sehr gut. Also, Dias dauert halt nicht so lange ranzubekommen. Deswegen auf Looting zu gehen, nicht so dumm. Hm. Ja, da sind wieder drei Dias. Und ein Mindshift. Let's go. Aber ich sehe keine Cobwebs. Da ist er 5 benutzen. Ja, klar. Also, wir dürfen uns halt auch zur Seite rausbauen oder so. Das finde ich aber jetzt auch null verwerflich, weil dafür dauert halt alles einfach super viel länger. Ich kann mir ja eine Dias-Spitze eigentlich machen. Brauche ich ja dann eben. Die nochmal ein bisschen runter. Vielleicht, wenn wir die Strings halt schon nicht über den Mindshift bekommen, dann über vielleicht eine Spinner. Oh. Das hat sich selbst erledigt. Ja, dass unter mir Dias sind, weiß ich. Letztend würde ich ja hier hin. Die Mindshift brauchen wir für, um dann eine Angelzone. Und mit der Angel angeln wir uns Fische. Und die essen wir. Und da ist ein Mindshift. Direkter Lamente. Unter uns. Sehr gut. Und da ist Zuckerrohr. Alter. Wie viel Glück, dass wir genau auf Zuckerrohr landen. Buh, 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 buh. Imagine. Da ist jetzt einfach eine Kiste. Ho, ho, ho. Oh nein. Bitte. Don't let me down, Alter. Okay, da ist Non-String. Perfekt. So. So. Wir haben auf jeden Fall eine Angel. Das ist schon mal etwas. Damit können wir uns auf jeden Fall eine Menge, Menge Fischis holen. Und was auch sehr, sehr gut wäre, wäre an sich natürlich ein Buch. Nehmen aber auch gerne, gerne. Einen Infinity-Bogen. Ne Lack-of-the-Sea-Mending-Angel. Alles, was es im Angebot gibt. Und natürlich nehme ich auch gerne Essen an. Essen kriegen wir ja durchs Angeln auch. Gut, solange müssen wir jetzt, also da müsst ihr jetzt auch kurz durch. Wir müssen jetzt hier kurz unsere kranke Basis machen und wir angeln ein bisschen. Zeit mal kurz, bitte. Wir sind aktuell bei 0 und minus 7500 ungefähr. Ähm. Hat gerade nicht noch jemand gesagt, ich soll nicht so viel träumen, wenn ich über meinen Infinity-Rede. Ja, okay. Ich würde sagen, den Infinity-Bogen haben wir schon mal gesichert. Weil, Leute, das ist insane. Weil wir haben logischerweise nicht die Möglichkeit, so viele Pfeile ranzubekommen. Jetzt mal bitte direkt eine Mending-Angel. Hä? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das für eine Angel? So. Junge, das ist die krasseste Angel der Welt. Ja, moin. Ja, okay. Also, ich glaube, den Bogen, auf den wir Infinity packen können, haben wir dann auch schon mal. Sehr nice. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt dann, for real, so eine Mending-Angel. Hm. Okay. So, wir werden uns jetzt einfach ein paar Fischies ranholen, damit wir mal ein bisschen was zu essen haben. Und ansonsten kümmern wir uns als nächstes um den Enchanter. Wir wollen ein Looting-Schwert haben, um dann halt die Wither-Köpfe tatsächlich stabil zu farmen. So, was machen wir in Dia-Stuff-Technisch, Leute? Wir können uns erst einmal ein Gild machen. Was machen wir uns für Rüstung? Wir brauchen zwei Dias für den Enchanter. Dann machen wir uns ein Dia-Schwert. Und dann haben wir noch 14 für Rüstung über, oder was? Chest und Schuhe. Ich glaube, ich bin eher für Hose und Schuhe, weil dann haben wir noch drei für irgendein Tool über, wenn wir das brauchen. Ich würde es lieber so machen. So. Ähm. Wenn wir noch weiter in diese Richtung erstmal gehen, werden wir sehen, dass dort noch ein wenig Sugarcane hoffentlich ist. Das sollte ja mittlerweile auch gewachsen sein. Dann können wir uns auf jeden Fall auch das Buch machen. So viel Glück musst du auch erstmal haben. Sugarcane, wisst ihr auch, ist ein unendlicher Rohstoff, den wir zum Glück aufgesammelt haben. Alright. So, als nächstes. Wir sind hier aktuell in einem Sumpf. Wir brauchen Lava. Ich habe nicht alles bekommen. Egal. Aber wir können trotzdem zwei Bücher machen. Schon mal gut. So. Da unten sieht es so aus, als hätten wir viel. Oh. Und mein Chef. Lol. Ja, perfekt. Alter. Perfekt. MLG. Ja, wohin, hä? Gut. Kommen wir uns mal an die zwei Obby da? By the way. Enchanter. Impressive, oder? So, jetzt müssen wir erstmal insofern aufpassen, dass wir den hoffentlich nicht instant verlieren, wenn ich den abbaue. Bane of Artopods. Ey, wenn man jetzt Looting direkt bekommt, das wäre phänomenal. Also, wir wollen unbedingt Looting 1, obviously, drauf haben, weil wir müssen ja Wither-Köpfe farmen. Weil es sieht so aus, als wenn hier jemanden nicht gönnen möchte gerade. Muss man ein Regal haben? War vorhin schon so ein bisschen Thema, dass mir Leute das erklären wollten. Überzeugen klang da keiner. Ja gut, dann müssen wir nochmal, also wir können ja die Wither-Köpfe ohne, ohne Dings farmen, ne? Also, sondern die Leute, die by the way gesagt haben, hey, wie willst du ein Portal gießen, wenn die Welt nur einen Block breit ist? Also, selbst wenn wir uns nicht zur Seite rausbauen könnten, dann wäre es still das hier noch möglich, ne? Also, Leute, wir werden in unserer Welt, die einen Block breit ist, by the way, in den Nether gehen. Wie der Nether aussehen sollte, also, der würde ja jetzt wohl nicht einen Block breit sein, oder? Aha, also doch. Cool. Wir haben es auf jeden Fall überlebt, aber, Frage, unser Portal scheint ziemlich weit oben zu sein. Wir müssen halt jetzt einfach nur eine Festung finden. Das ist halt mehr oder weniger the key. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt ein Gas kommen sollte? Also, nur so als rein hypothetische Frage. Ja, also, mir hat man mal gesagt, dass man in Richtung Osten oder Westen gehen sollte, um eher Festung zu finden. Ich glaube, das werden wir diesmal nicht lieber machen, ne? Ja, komm, wir beliefen aber still in den Norden. Oh mein Gott. Ist das ein Abuse? Ist das ein Abuse? Ne, oder? Wenn ich jetzt auf dem Bedrock langlaufe? Man kann sich in Wanderer Minecraft ja auch oben hinglitschen. Okay, jetzt müssen wir nur noch erkennen, dass hier eine Festung kommt. Wir können einfach so laufen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, da ist eine Festung. Das ist eine Festung. An die Leute, die immer sagen, ey Bruder, da ist eine Festung, da ist eine Festung. So sieht das aus, wenn wir eine Festung finden. Junge, wir sind 16.000 Blöcke hier lang gelaufen oben. Aber bei 0 und 6.400 ist es dann endlich mal soweit. Und wir werden hier unsere... Oh mein Gott. Hier werden wir dann unsere Wither Skelett Farm mehr oder weniger starten. Und hoffen, viele, viele Köpfies bekommen. Äh, okay, wir müssen da auf der anderen Seite runter. Ich glaube, wir können uns halt rein, schon von hier runter droppen lassen, oder? So, jetzt hier runter, auf ganz entspannt. Okay, und in diese Richtung jetzt ist die Festung. Ja, sorry, dass ich gerade ein bisschen angespannt bin, Leute. Man kann eventuell verstehen, warum. So, das hier ist eine Festung. Also, eine ein-Block-Breite-Festung. Hier werden wir dann Nether Bricks Farmen und uns mehr oder weniger morgen eine komplett stabile Farm bauen. Und was wir jetzt halt machen werden, ist, wir werden uns jetzt Nether Brick Blöcke farmen, um am Ende sehr, sehr stabil, also hoffentlich, um jetzt am Ende für uns sehr, sehr stabil eine kleine Plattform zu bauen, auf der wir dann hoffen, Wither Skelette spawnen zu lassen. Mach ein Dach, weil Wither Skelette Dreieckblöcke hoch sind. Einfach ein Dach um mich herum, meinst du? Und dann lasse ich die einfach so um mich herum einfach spawnen. Denke mal, das klingt sehr vernünftig. Also baue ich das jetzt einfach auf dieser Höhe und dann hoffen wir einfach, dass welche spawnen, ne? Nur, was ist die Drop-Wahrscheinlichkeit, ohne Looting so einen Kopf zu bekommen? Schon sehr gering, oder? 2,5% ohne Looting geht ja eigentlich. Real Talk geht, oder? Dann haben wir, wenn wir 100 Stück getötet haben, 2,5 Köpfe. Oh mein Gott, also zum Verständnis. Der Chunk, das ist halt die einzige Fläche in der ganzen Welt, wo die halt jetzt gerade spawnen können. Und deswegen spawnen halt alle Mobs dort. Wie kriege ich das hin, dass dort keine Pigments spawnen, sondern nur Wither Skelette? Also mir kommt das so vor, als hätten wir uns hier echt was sehr, sehr, sehr Schwieriges vorgenommen, ne? Loch, wo sie durchfallen. Ja, kann ich das an sich machen, dass ich die triggern lasse? Ich stelle mich sozusagen in den Mittelpunkt. Die fallen da runter, aber Wither Skelette eben nicht. Wither Skelette sind 3 Blöcke hoch. Ja, stimmt, die sind 3 Blöcke hoch. Und das heißt, dass die Zombie Pigments in 2 blockhohen Dingern halt runterfallen würden. Wir bauen uns halt hier hoch. Guck mal, wenn ich mich jetzt da oben hinstelle, dann können Wither Skelette mich nicht angreifen. Aber Zombie Pigments fallen runter. Okay, ich bin ready. Aktivierung, bitte. Vor allem werden hier nicht mal so wenig spawnen. Denn das ist mehr oder weniger die einzige größere Plattform, wo die spawnen können. Die Festung ist super small. Das heißt, es werden hier so viele Wither Skelette wohl spawnen. Wegen Banco, der spawnte. Leute, ihr müsst es verstehen. Das ist hier mehr oder weniger am Ende. Ich habe keine Ahnung, was Banco da gecodet hat. Aber das ist halt generell eine simulierte Welt, so oder so. Deswegen ist das Spawning halt sowieso ein bisschen schwierig. Ihr denkt auch, dass gerade Banco mit so Wither Spawn Eggs im Game of 3 steht und die einfach so manuell spawnt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so funktioniert. Kommt her zu Papa. Der Erste. Der Erste von Dreien. So und nicht anders. Also, es geht voran. Da soll einer sagen, dass diese Farm nicht effizient ist. Oh, 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 oh. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie lange farmen wir jetzt? Und wir haben jetzt schon zwei Stück. Ohne Mist. Das war früher mal seltener. Ohne Mist. Die haben die Chance hochgeschraubt, ne? Oh nein. Ihr werdet... Nein. Safe, werdet ihr denken, dass ich die Chance... Haben wir nicht. Nee, ich hab auch aktuell... Also, aktuell hab ich nicht vor mein Gesicht mal zu zeigen. Wir haben drei Wither Skelett Köpfe. Damit können wir den Wither beschwören brauchen. Aber noch zusätzlich dafür. Dazu brauchen wir aber noch Soul Sand. Und das würde ich am liebsten, am aller, allerliebsten jetzt auch nochmal schnell hier erledigen. Aber ich glaube, wir bauen uns jetzt einfach erstmal schnell hoch. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo am Rand oder so auf dem Rückweg Soul Sand finden können. Wir sind jetzt aktuell bei 0 und 6300 im Positiven. Ich glaube, mein Portal liegt bei 0 minus 8000. Oh, da unten ist Soul Sand, oder? Da unten, da unten, da unten. Okay, dann stellen wir uns mal genau dorthin und dann bauen wir uns mal runter. Junge, das sind vor allem auch so auf richtig krampf so fünf, ne? So vier Soul Sand. Und jetzt nur noch ab nach oben und dann zurück ins Portal. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier sicher runterkommen. Ey, wir sind halt for real auf einem guten Weg, ne? Wir sind raus aus dem Nether. Wir haben es verdammt nochmal raus geschafft. Also, next step ist erst einmal Essen ran. Wir holen uns jetzt erstmal Essen. Ohne Essen geht hier gerade erstmal nichts weiter. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal Richtung Norden laufen und hoffen, dass wir Wasser finden. Wir werden uns einfach mal zum Angeln hinstellen. Schaffst du den Wither schon? Also, wir haben den Stuff dafür schon. Aber ob wir den schaffen, ist dann die nächste Frage, ne? Das ist halt noch momentan in den Sternen. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Am besten Diamanten zu finden. Digas wären richtig cool. Wäre halt ganz nice, wenn wir noch ein paar mehr Digas hätten. Nee, nee. Das kannst du keinem erzählen. Wir finden einen Kürbis, sogar zwei. Ey, for real, das ist richtig gut. Weil, wir haben vorhin noch darüber geredet. Schneemänner können mir halt wirklich gut Support bringen, oder? Also, Schneemänner kann ich ja aufstellen, um gegen den Wither ein bisschen Damage zu machen. Aber jetzt generell, allein nur wenn ja Tatsache, dass es einfach ein seltenes Item ist, finde ich krass. Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe nur ab und zu jetzt mal so luschern, ob wir weitere Digas finden. Oder halt Gold. Also, Gold, klar. Ich sehe, dass da halt überall Gold ist, ne? Aber ein paar Gaps wären halt schon ganz geil. So einfach sicherheitshalber. So, da haben wir zwei Digas. Lohnt sich das für die zwei Digas? Ah, nee. Wobei, ich bin eher so einer, der sich halt für vier Digas runtergräbt. Ja, ich bin wach. Und ihr? Ja, also, by the way, Phantome können auch kommen. Okay, wir warten einfach bis Tag wird und dann verbrennt er ja eh. Wir machen jetzt, by the way, einfach mal den jetzt, ähm. Denn wir haben ja jetzt, glaube ich, früh genug gemerkt, dass das zeittechnisch alles ein bisschen eng wird. So. Lol, hier ist ein Skelett gestorben. Oh mein Gott. Leute, wir haben den Infinity-Bogen. Infinity-Power-Bogen. Puts. Puts. Let's go, man. Geil. Sehr geil. Hab mal so einen Bogen in so einer Challenge. Und jetzt vor allem mit Pfeilen. So scripted. Das Game will einfach, dass die Challenge vorbei ist. Wir werden den Wither ja heute auch nicht mehr töten. Es ist halt ein bisschen die Frage, was wir jetzt alles noch machen. Also, basically müssen wir halt das machen erstmal. Dann einfach generell für den Pfeil, da war eine große Fläche vorbereitet. Also, würde ich jetzt einfach an sich sagen, dass wir dann einfach mehrere Cobblestones halt farmen müssten. Dann mache ich mir einfach eine ganz große Cobblestone-Plattform, oder? Mach doch einfach eine so 5x5-Höhle. Ja, Rippchen, die knallt ja vollkommen auseinander. Lass uns mal ganz kurz das testen. Wir machen das eh nicht mehr heute. Aber guck mal jetzt ganz kurz, was er alleine jetzt hier, wenn wir uns im Untergrund befinden, was er kaputt machen würde. Und so groß muss der Raum halt mindestens sein. Also, so dick muss er sein, der kleine Raum. Der muss halt schon ziemlich massiv sein. Aber du kannst ihn jetzt halt nicht abschießen, sondern nur am Anfang, ne? Du kannst ihn in der ersten Phase abschießen. Okay, warte mal. Wir wollen ja an sich einen 5x5-Raum machen. Oder machen wir einen 3x3x3-Raum? Oder einen 5x5x5-Raum? Ja, wir machen einfach einen 3x3x3-Raum. Aber eigentlich wollen wir am Anfang ja Bow spammen. Wird schon irgendwie schief gehen, ha? So, und guck, jetzt wäre mein Plan halt, dass wir jetzt halt hier den nächsten Layer so drumherum machen. Also, der Typ sprengt halt alles kaputt. Und obvious will einfach sicher gehen. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Ich will halt nicht einfach 10 Stunden jetzt hier dran gesessen haben. Und am Ende macht der halt direkt alles kaputt. Und dann, ja. Mal gucken, was das wird. Das kann der größte Feld des Jahrtausends werden. Aber das kann auch genauso gut sehr gut werden. Auf Wasser. Ja, falls wir eventuell runtergekickt werden, dass wir tatsächlich irgendwie nochmal abgesaved sind. Und dann machen wir einen auf Skywatch-Spieler. Und eine Attacke. Wir werden das Vieh jetzt einfach spawnen und hoffen, dass wir einfach... Wir sind jetzt einfach besser als er. Wir sind einfach jetzt besser und stabiler als der Wither. Der Wither. Was ist der Wither denn überhaupt für ein Mob? Ganz ehrlich, mir egal. Die ersten 50% seiner Health war, kämen wir mit einem Bow spam. Wir werden aber kaum Platz haben. Wir müssen erst mal gucken, dass wir überhaupt die erste Explosion dort überleben. Deswegen, ich überlege, ob ich den halt jetzt hier spawne und instant hier irgendwie so zurückgehe. Und dann in diesen Raum reingehe. Weißt du, was ich meine? Okay, Leute. Wir müssen jetzt hier durch. Wir haben uns das selber... Wir haben uns das an sich selber eingebrockt. Nach 11 Stunden in dieser Einblock-Challenge werden wir jetzt gegen den Wither fighten. Let's go! Ist nicht dein Ernst. Ja, moin. Er ist... Beste Vorrichtung. Wirklich beste Idee, was die GHG. Ich kann nicht mehr. Ich muss... Ich muss melee. Ich muss melee. Ich muss in den melee. Chuck. Ähm, Leute. Wollen wir kurz chillen? Wir chillen kurz, okay? Wir chillen einfach ganz kurz. Ist ja sonst ein bisschen zu einfach. Digga, der Typ macht mir ein bisschen zu viel Schaden gerade, ne? Wir haben überhaupt keinen Melee-Control. Und warum habe ich hier Fische und sonst kein Essen? Er... Ja, er regeneriert. Aber was soll ich denn machen? Ja, wir hätten mehr Gaps holen sollen. Ich bin so dumm. Erstmal drei Jahre in einem Bunker bauen, aber keine Gaps weiterfahren. Ähm, dumme Frage. Wisst ihr, wo der Wither ist? Ah. Jawohl, ein Zopf. Ein Zopf, wir haben es geschafft. Ja, ein Zopf, wir den wirklich bekommen haben. Mit anderthalb Herzen. Oh mein Gott, wie scuffed ist denn diese Festung gewesen? Es hat sich gelohnt, elf Stunden diese Scheiße zu spielen. Haha. Junge, oh nein, Mist. Es ist so eklig gewesen am Ende mit dem Wasser. Das Wasser hat mich mehr gestört. Wobei, das Wasser hat mir auch manchmal das Leben gesaved, ne? Ohne Mist. Also, dass das Projekt hier am Ende noch aufgegangen ist, das kannst du ja auch keinem erzählen. Ich habe mich lange nicht mehr so sehr gefreut. Das ist ja ins... Also, for real. Ich habe wirklich gedacht, wir schaffen das nicht. Ich habe wirklich gedacht, dass das halt over ist. Als ich gesehen habe, was der für ein Damage gibt. Junge, der hat so viel Damage gegeben, oder? Aber dann hatten wir ihn gerade. Dann hatten wir ihn so perfekt, da stuck und so. Aber ohne Mist. Ich sage euch eine Sache. Wenn, kommt nah an den Eisdrachen ran. Aber das war einer der epischsten Battles, die wir jemals hatten. Also, in der Kombination mit dieser Map. Das war übertrieben spannend. Das war halt sau der geile Kampf. Es war halt sau nice. Wir müssen echt häufiger was gegen den Wither machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert gerne diesen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es wieder heißt, dass wir extreme Sachen machen, die mir mehr oder weniger... Ehe keiner glaubt. Ciao, ciao.